Konzentration Wir legen jetzt einfach den scheiß Bus Lasst uns nicht töten T-T-Combo I-Beam-Spreaded-Eich und alle vor eins voll drei vier fünf nix ist es macht das einzelne vier davon und macht weg, slowt es einfach eins voll drei ja fünf nix so, spreadet euch schonmal, wenn sie es aufstellen nutzt den Platz, die Combo mit I-Beam bockt die Leute drei fern eins fern zwei eins fern zwei fern zwei fern 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 Auf, weiter geht's. Noch nix verloren. Einfach clean spielen. 25 AB. Drei Beams, check the opposite. Nixen spreader stehen. Und stacken den Boss. Go, go, go. Eins. Cool. 2. 3. Ich bin bereit, die Combo schön clean zu spielen. Wir kicken. Dann. Also, durchfernen von den Viechern. Da haben wir damage auf die Aids. Wir gehen die Combo zu Ende spielen. This is it. Ich kann nicht die Angst gleich machen, ich muss raus. Und die Combo und 16. Das macht schon mal. Ipsi kickt einfach die erste. Das Add down ist, die Midis erstmal chillen und spreaden. Drei. Range kickt das Add. Okay, Beam ist fein. Beams, Achtung. Eins. Sehr schön, weiter. Hi. Hier, die 5. Erweckt. Gleich bitte nicht vor dem Boss stehen, wenn wir ihn moven. Ja. Alle schon mal weg von Blau. Alle. Könnt sich auch schon ordentlich verteilen. Na, Range ist jetzt schon mal. Nightcast verteilen. So. Wir machen jetzt Damage Stop. Konzentriert euch auf euer Movement. Keiner macht was auf dem Boss. Keine Redi-Tags. Einfach weg vom Boss. Nicht, keine Voids triggern, bitte. Einfach spreaden. Haltet der Fies bereit. Kämpft hier. Weg vom Boss, weg vom Boss, weg vom Boss. Weg vom Boss, weg vom Boss. Was passt? Der macht nichts nach vorne. Okay. Bei Weims spielen. Bei Weims spielen. Pult eure CDs. Macht diese Adds einfach. Pult eure CDs. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Zwei. Zwei. Bis zur nächsten Eyebeam. Hilft die Kleinen jetzt noch- in Ruhe. Zwei. 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 Konzentriert euch jetzt auf die Void-Wler, ja, nichts größer auf'n Boss. Zwei. Einfach nur dotten. St. Ja. Nächstes Add. Eyebeams sind zehn. ihr könnt euch schon mal pre-spreaden. Was bitte ranziehen jetzt? Wir müssen, wir wollen ja auch, wir müssen noch nicht KR verschwinden. Eins. I-Beams. I-Beams, I-Beams, I-Beams. Zoll. Okay, go. Bloodlust, Abfahrt. Okay, das erste Carvo. Ich sehe es nach Deutschland, wo ist es? Wo ist es? Noch nicht gespawnt, oder? Noch nicht da, noch nicht da. Trotzdem das erste Carvo. Wenn es jemand sieht, sagt mir Bescheid. Jetzt ist es gespawnt. Wo? Um den Boss. Okay, steht drin. Hier alle anderen raus. Okay, das zweite ist Nadja, links vom Boss. Madame Curie hat es genommen, wow. Egal. Zweite Nadja, bitte nicht, ja genau, Barnes ist zurück. Madame Curie vom Auslaufen dann zu rot. Jetzt führst du alle Midis. Okay. Rechts neben dem Boss, Mario. Okay. Bereit, I-Beams, spread it bitte, spread it. Madame Curie zu rot, zu rot. Alle anderen weg da. Dann switchen. Hau den Boss. Hau den um, haut ihn um, haut ihn um. Tipsi, siehst du es? Du musst das nächste. Jo, ich stehe drinnen. Gleich noch Fläche rausbringen. Okay, rechts Nadja, haut sie um, haut sie um. Wer nimmt das? Äh, da ja. Jo, ich komm gleich. Links gleich Mario. Nach Kombo. Ab, bis vorne. Ich nehm das nächste Orb. Macht, äh. Bitte? Nach Kombo. Raus, 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 raus. Ich geh rein, alle raus da. Ich werd gleich übernommen. Bitte Tipsi. Das Orb im Boss. Soll ich schießen? Ne. Ja, ja. Bin übernommen. Gut, ich hab's. Recht vorm Boss ist das nächste. Dummy umhauen, ne? Weg von Rot, weg von Rot. Irgendwer übernommen. Jo, Jo beim Boss. Jo beim Boss rein. Jo beim Boss rein. Jo beim Boss rein. Jo beim Boss rein. Danke. Hebt. Und das nächste dann Krusty. Ja, hebt der Darya auf. Haut mich um. Gut, das nächste nimmt Krusty. Oh Lock, Matta, du musst das machen. Ja, kein Insta. Ich komm raus. Ibuki? Okay. Idle hat das genommen, ist nicht schlimm. Das nächste dann Krusty. Lebst du noch? Ja. Kickt Slommer einfach, kickt ihn. Haut Slommer um. Okay, wo ist kein anderer steht drin? Perfekt. Oh, executed die Scheiße. Übernommen rechts. Nächste Orb. Nimmt Hack, Hack bitte. Pass, pass, pass. Ja. Stolz dir noch das Orb. Kickt die Leute, kickt die Leute. Ja. Ja. Easy. Fuck. Atmet mal durch die Hose ey. Klar.